Moin Moin und herzlich willkommen zur 13. Folge meines Let's Plays zu Mario & Rabbids Kingdom Battle. Ich bin euer MrBebop und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Dann müssen wir das wohl nochmal versuchen. Ja nichts. Muss das jetzt besser angehen. Wie kann ich das besser angehen? Bomben, von dem sind natürlich auch fatale grande. Aber anders fatale. Ah, geschieht in seiner Deckung weg. Ich bin ein Wiener. Luigi, du bist ein Wiener. Wie mache ich das? Ich mache das mal so. Ich bin ein Wiener hierher. Oh, doppelter Schuss. Oh, hier unten kriege ich die nicht, ne? Hm, dann gehen wir mal die Entdeckung. Gut, ich werde nichts machen können. Ich könnte... Ne, mach ich nicht. Auch nicht. Das war heftig. Und Schutz, ja moin. Wichtig wäre, wenn ich mit Peach den treffen könnte und für Mario ins Hilfe hierher komme. Wieso treffe ich 0%? Aber mit den 100. Na, den nehme ich. Bitteschön. So, dann nochmal grätschen. Und... Hier hin. Wir gehen. Schau aus. Schau aus. Immer oben drauf. Jetzt aktivieren wir ihn. Das wird wohl ihn treffen? Ja, wird es. Und doppelt. Das heißt, er ist weg. Er kann mir schon mal keinen Schaden machen. Luigi ist gleich weg. Und jetzt ist er weg. Trotz des Doppellebens. Mehr ist. Mehr ist. Mehr ist. Mehr ist. Trotz. Mehr. Leben. Wo wollte ich das sagen? Nicht anders. Wie kriegen wir den jetzt weg? Noch nicht. Den hüpfenden Hasen. Und drauf. Und drauf. Und hierher. Das ist der Eishase hat nur noch 75, ne? Geteilt der Mini-Buster. 76 hat er noch. Das ist nichts. Und boing. Hat nicht getroffen. Ärgerlich, mein Freund. Er hat nur noch 15, er wird mir eine Bombe schmeißen. Aber der ist weg, ne? Hm. Komm mir nicht ran. Komm mir nicht ran. Hm. 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 einfach bitte in den sprung in da jetzt was ich mal da rein ich grätsche mal kurz weg ich habe auch direkt hinter dir und feuer dir so was ja man besiegt was zum unser gefrorener freund hat endlich beschlossen sich anzuschließen eine blasse imitation des originals klar aber dennoch jeder verbündete im kampf gegen bowser junior ist selbstverständlich willkommen ich schlage vor wir ziehen uns in den pilzpalast zurück unseren freund auf den neuesten stand zu bringen mario rabbit habe ich gefühlt leider nur gut aber egal geschafft die menge hero bombastisch sprint also nehmen die gerne zwölf neue waffen die ich mich oder die münzen nehmen wir noch mit achten schließlich nicht auf bäumen mich da nicht hoch gibt es hier noch mehr münzen nein gibt es nicht gut abschnitt 6 weiß doch nicht was ich da tun muss dieses kampffeld hätte jetzt nicht mit gerechnet siegen alle gegner kämpfen einfach so mario geht hier hin position für euch team sprung da sehe ich mich da sehe ich mich er hat noch 15 aber der poppen heini ist wichtig der muss weg ich würde eh jetzt weg gehen weil oh mein gott schuss 1 er ist weg wenn sich der bombentyp bewegt ist er auch weg nein ist er nicht er heilt sich und noch mal von mario und wieder nur 18 danke bis grätschen sie ganz weit die gräschchen wir weg und landen mal hier wir machen weiter hätte mir auch den high ground holen können das war dumm von mir ich bin dann ja einfach schon oben mit mario was gut ist peach komme ich da nicht hin auch mann egal wir heilen uns mal ein bisschen wichtig die rein in die röhrer grätschen grätschen ist wichtig dann geben wir hier hinter ja und jetzt wolltest du 136 schaden oder mario ist misst bewegt hat jetzt treffen schön oh nein er freut sich richtig das war heftig das war heftig war gemein ich habe ihn zwar nicht, aber ich feuer trotzdem habe ihn um schluss 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 ja, Peach ist auch weg aber sowas von Matsch so, Mario geht mal dahin Schwungscham, mein Freund und weg bist du hat da nichts gebracht trotzdem hundert prozent das ist gut mit Sprungschamen das war echt ein schlechtes Level von mir, muss ich sagen zwei Leute sind bewusstlos geworden es war nur okay, ich hab ein Zug zu lange gebraucht ach man schon wieder ein Kampffeld was ist das? was ist das? wer ist das? verteidiger verruhte versteckspieler ok gegner werden immer ausgereift habe ich gerade sagen vielseitiger also viele verschiedene gegner verteidiger verteidiger hier ein tipp euch ihr müsst sie seitlich oder von hinten angreifen damit eure angreife nicht an ihren Schilden abprallen was ist das? okay, vielleicht war das offensichtlich aber wusstet ihr, dass die raserei exklusiv sein kann oder dass sie über Glückstreffer verfügen dass sie Honig in der Schlacht einsetzen können wusstet ihr nicht aber zum Glück bin ich ja da wir haben die Zentrale neue Waffen gucken was hatte Mario bitte mir Mario nichts interessantes doch oh mein Gott und ja nehmlich und jetzt Honig oder Sprungschaden Sprung wird er weg katapultiert Honig bleibt er kleben kleben bleiben ist auch nicht verkehren wir machen auch Honig gegen Tobian ohne Stoß Schaden ich nehme Stoß Sekundär ja ja nehmen wir mit Luigi wer ist er denn? ach das sind Sikobähre Waffen eh das sind die richtigen Geschütze noch nicht schlecht Papier Schaden Steinschaden ach nur kurze Distanz Deckungsschaden gering ne ich bleib noch bei meinem Team Luigi hat glaube ich keine Waffe neu nur Sekundär Tintenschaden gönnen wir ihn mal gönnen wir ihn mal auf gehts leute kämpfen oh wir sind ja fast ähm immer schon am Arsch gut darüber gesprochen haben ein und bringt nichts egal Schuss geht trotzdem Deckung weg ui Luigi kann springen n ha ich werde sofort weg wenige ich gute echte gute ich kann nicht schießen bringt gar nichts auch hier können wir das auto starten das fährt dann so ganz langweil in die richtung ich leise das ouch ich muss erstmal hier weg ich kann nicht weg weil sie klebt wir müssen jetzt mal weitermachen mario mario klebt auch 0 prozent aber auch nicht weil er einen schutz hat egal wie tausend seinen schutzzeiten weg das ist schon mal gut na gut bringt mir nichts er muss erstmal weg der stört vor sich heilt der gegner ist dran und schon wiederholen stimme ich kann von der seite oh ja man hat so nicht gerechnet bringt nichts das verliere ich auch ja wir sind auch schwach gestartet mit 10 prozent erzählen lebenspunkten nicht und unten mal herr du die bringt nichts also das macht keinen sinn das machte keine zinne ja, das war's das war's und damit ist das ende dieser folge erreicht wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht schaltet auch unbedingt in der nächsten folge wieder ein würde mich sehr freuen besucht mich gerne auch mal auf twitch da bin ich regelmäßig live da entstehen diese videos hier auf instagram bin ich auch aktiv da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen wenn ihr mögt da werdet ihr über alle neuigkeiten informiert was ich so spielen werde ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal